Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute mal wieder ein Experiment und zwar ich stehe hier noch auf dem Hof hier von Fehlingreisen und ihr wisst doch, die Busse, die verschrottet werden, die werden abgeholt und danach weiß man gar nicht mehr, wo die sind, was aus denen wird und so. Und ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, ich weiß, wo die Busse hingekommen sind und da fahren wir jetzt gemeinsam mal hin. Das sind circa 100 Kilometer, Navi habe ich schon eingestellt. Wohin das geht, erfahrt ihr nach dem Intro. Bleibt dran Leute! Unsere Route führt über die A1 Richtung Münster. Wir folgen diesen LKWs, die die ganzen Betriebe abklappern und die Busse auf den Schrottplatz hinbringen. Allerdings wisst ihr jetzt im Moment ja noch nicht, wo es hingeht, aber ihr könnt es vielleicht erahnen. Unterwegs habe ich auch so einen leeren LKW gesehen, der fährt jetzt bestimmt auch irgendwo Busse holen. Niederlande! Bald in Niederlande und da sind sehr wahrscheinlich unsere Busse hingekommen. Herzlich Willkommen in Niederlande! Wir sind gleich in Wintersvik und da müssten wir die Busse eigentlich finden. So Leute, da bin ich und mein Weg hat sich hierhin verirrt. Ich bin einfach mal der Spur gefolgt hinter mir. Hier könnt ihr sehen, wie das heißt. Wie gesagt, bleibt richtig gespannt. Es geht gleich los. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Die Busse stehen da hinten. Wir gehen jetzt mal so langsam. Die Busse gucken. Es sind nicht nur Fehling Busse, das schon mal vorweg. So, bleibt dran! So, hier ist Fahag Trading B.V heißt das hier. Das ist hier ein Schrottplatz, wie ihr sehen könnt. Ja, wirklich sehr, sehr groß. Hier werden die Busse auseinandergenommen. Guckt mal, hier stehen schon Linienbus, Reisebus. Und da ganz hinten, da stehen Fehling Bus. Und guckt mal da, was da noch steht. Leute, Wahnsinn! Wir gehen da jetzt natürlich mal näher dran und schauen mal, was sie mit den Bussen so alles hier machen. Ich erkenne schon Busse von uns wieder. Der eine, da ist das Gelenk schon abgerissen. Oh Mann, das gibt ja ein Abenteuer hier, Leute. Wirklich, es hat sich gelohnt, den weiten Weg hierher. War nicht so weit, waren 100 Kilometer. Einfach mal hier zu sehen, was aus den schönen Bussen hier passiert. Da sind die Fehling Busse, da fahren wir, sagen wir schon, da laufen wir gleich mal hin. Aber uns interessiert auch mal hier so Busse. Wir gehen jetzt mal nah da dran. Ich habe die Erlaubnis, hier zu filmen. Ich habe den Typ gefragt. Ja, da gehen wir jetzt mal gucken, welche Busmodelle hier noch sind, die man überhaupt erkennen kann. Ey, Leute, der Königsborder von der VKU, die Busse sind auch hier, von Mars. Lücke hat seine Busse hier, alles hier in der Nähe. Ja, zum Teil seht ihr schon ausgeschlachtet. Da sind die Lampen raus, da sind Scheiben raus. Alles, was man so im Teil gebrauchen kann, könnt ihr hier so sehen. Traurig, aber wahr. Hier ist sogar ein Doppeldecker, wenn ihr so guckt. Ja, Wahnsinn. So etwas habe ich persönlich auch noch nicht gesehen. Hier hat man sogar noch so eine Leiter hingebaut. Da kann man hochklettern und gucken, was da so oben alles ist. Hier, da ist doch so ein ganz alter Käsbohrer oder was ist das hier? Ne, da ist ein Mercedes, Leute, der oberste. Ihr erkennt die doch bestimmt. Das scheint ein Mercedes zu sein. Ja, guckt noch. Transdev, ey, Transdev ist hier auch. Von Transdev die Busse. Ja, wirklich schön. Oben ist noch so ein Van Hul. Der Reinhard, der sagte immer, du hast noch nie einen Van Hul vorgestellt. Hier, jetzt stelle ich mal einen vor. Reinhard, der Van Hul hier geht nach Belgien an dich. Hier, das sind doch die 305er, 405er. Alles alte Busse. Guckt euch das mal an, Leute. Zum Teil ist hier auch noch Motor noch drin. Alles drin. Hier ist gar keine Scheibe mehr drin. Hier, mit diesen Bussen bin ich doch früher gefahren. Schaut mal, wie das da drin aussieht. Alles dunkel. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt alles eigentlich nur für die Presse. Die werden als Schrottmetall. Ja. Hier stehen jetzt, ja, ich weiß nicht, wie teuer das alles hier ist. Aber wenn er das alles hier einstampfen lässt und neu zum Metall verarbeitet wird. Hier ist schon jede Menge. Jetzt ist das Zickenhainer. Tatsächlich, Leute, guckt mal, der Zickenhainer aus Koblenz. Ja, wie ist der denn an den dran gekommen? Da steht sogar noch Zickenhainer drauf. Die haben doch jetzt hier MVB und so übernommen. Die sind in Koblenz, Bendorf, Neuwied, da die Ecke. Omnibusverkehr, Eifel, Mosel. Ja, da ist alles da oben, die Ecke. Dann stehen die hier schon eine Weile. Das hat sich wirklich gelohnt, mal hier hinzukommen und sich das alles mal anzusehen. So, wir gehen natürlich gleich mal zu unseren Lieblingen, zu euren Lieblingsbussen, zu den Fehlingbussen. Die werden da auch noch auseinandergenommen. Ich schätze mal, auf dem Platz da hinten werden die auseinandergenommen, was da noch gut ist. Und dann wird hier der ganze Platz bestimmt hier auch nochmal, so wie hier, übereinander gestapelt sein. Und guckt euch mal hier, Lenkrad und so an. Ja, hier hat schon jemand reingebissen oder so in das Lenkrad. Aber alles, wie gesagt, nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht erkennt der ein oder andere noch seinen Lieblingsbus oder seine Lieblingsfirma hier raus. Ja, so sieht es aus. Hier so ein kaputter VDV. Keine Ahnung von welchem Bus der ist. Hier so einen alten Mercedes. Ja, so sah das mal alles früher aus, Leute. Guck mal da, anstatt einen richtigen Fahrerstuhl haben die da einfach nur so einen normalen Stuhl dahin getan. Ey, sagenhaft. Ich weiß gar nicht, wohin ich gucken soll. Ja, so, wir gehen jetzt aber da hinten hin, zu den fehligen Bussen. Auf dem Weg dahin habe ich noch was gesehen hier. Der erinnert mich hier an so einen ganz, ganz alten Bus, so einen Reisebus, Käsebohrer oder, wie hießen die? Müsste ein Käsebohrer sein, glaube ich, da oben. Ihr, wie gesagt, schreibt das alles in den Kommentaren, was ihr hier so gesehen habt. Schreibt dann bei Minute so und so, habe ich den Bus gesehen. Wenn ihr was erkennen könnt. Also ich kann wirklich nicht viel erkennen. Das sind wohl eben halt die ältere Generation von Bussen. So sieht es aus, wenn die mal in die Jahre gekommen sind. Ja. Hier sind dann so von Iveco. Lkw haben die auch hier. Lkw-Motoren, Busmotoren, guckt euch das mal an. Alles verrostet. Aber die kann man natürlich auch noch als Metall, als Schrott verkaufen nachher. Das Kilo, das bringt es schon bestimmt noch richtig. Ich sage ja, hier sind, ich weiß nicht, Millionen bestimmt. Was ist das für ein kleiner Bus hier? Da fehlt doch was. Ach, das war mal ein Gelenkbus, Leute. Guckt mal. Das ist der Hinterteil von Königsbornreisen hier. Und vorne das Teil fehlt. Haben die einfach mal so klein gemacht. Ja. So sieht es aus. Wenn ihr mal hier noch so ein bisschen so reinguckt. Oh Mann ey. Das tut doch wirklich weh. Guckt mal, hier sind so Kabelstränge. Das ist auch ein Gelenkbus mal gewesen. Ihr wolltet doch mal so ein Gelenkbus sehen. Ja, jetzt habt ihr die Möglichkeit mal in den Gelenk reinzugucken. Gibt es nicht viel zu sehen. Hier der von Königsborner. Der hier ist auch ein Gelenk. Da oben. Ach, von Hülser. Guckt mal Leute hier. Gerhard Hülser von Wesel, von Spellen. Der ist auch hier. Das ist nicht normal. Ja. Und so sieht es da drin aus. Ja, und hier ist dieses Gelenk eben halt. Mit den ganzen Sachen. Leute, das hört gar nicht mehr auf. Schaut mal, hier sind noch Getriebe. Und Mast, Getriebe, Motoren. Die werden hier einfach ausgeschlachtet. Ja, zu gebrauchen sind die glaube ich dann nicht mehr. Die noch in Ordnung sind, werden die bestimmt noch anderweitig verkaufen. Aber schaut mal hier die ganzen Motoren und so. Was hier so alles rumliegt. Ja, wirklich sehenswert für Leute. Hier so ein Mercedes, Sechszylinder, Rheinmotor und wer weiß, was noch alles hier zu sehen ist. So, uns interessieren uns aber hier Fehling Bus. Das ist doch der, boah, welche Busse wandert jetzt? Da muss man erstmal drauf gucken, welcher was war. Wie kommt man jetzt da rein? Ah, hier die Tür ist auf. Dann gehen wir doch mal rein. Boah, die sind aber schon lange weg von uns hier und die stehen jetzt hier rum. Hier ist jetzt ein bisschen blöd, kommen wir nicht hin, sonst wären wir auch mal reingegangen. Von Lippe Bus ist hier noch was. Hier die Gelenke, die sind einfach mal hier so abgetrennt worden. Ja, die waren reisen und der Fehling Bus. Ich weiß jetzt in Wirklichkeit echt nicht, welcher Bus das jetzt hier ist. Das ist der neue, den sie jetzt gerade abgeholt haben. Da oben kann man nur TÜV sehen, aber ich weiß nicht, welches Fahrzeug das ist. Ja, ich gucke mal, ob ich irgendwie nach vorne komme. Vorne müsste ich dann irgendwann in Scheiben was sehen können. Ja, wir können aufgrund Coronavirus bitte den Hintereingang benutzen. War alles noch Corona-Zeit. Hier könnt ihr mal so, ich gucke mal hier so rein. So sieht es aus. Ja. Ich gehe mal hier auch noch mal rein in so einen Bus. Nicht, dass ich hier noch ein paar Ratten und Mäuse und so finde. Oh Mann ey. Aber wir sind ja auf der Spur von den Fehling Bussen, wo die gelandet sind. Der ist noch so gar nicht so lange her. Hier hat müsste 89 oder... Ich wollte das an der Scheibe gucken, aber seht mal her. Die Scheibe, die ist auch nicht mehr da. Da war ja dieser Aufkleber da drauf. Ich weiß jetzt echt nicht, welcher Bus das ist. Oben ist auch alles weg. Ich weiß auch nicht, was von uns weggegangen ist. Aber schaut euch das mal an. Sowas seht ihr nicht alle Tage, Leute. Ja, ich kann nirgendwo mehr erkennen, welcher Bus das war. Hier vorne ist zwar noch ein Etikett, aber Evo-Bus, ja schön Evo-Bus. Aber man weiß echt nicht mehr, wer was ist. Gut, gehen wir mal weiter. Da oben ist ja noch einer. Der ist ja auch noch von uns. Ja, hier landen die dann, wenn die ausgedient haben, die Busse. Muss mal sehen, dass ich hier nicht nass werde. Schaut euch das mal an, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll, was ich machen soll. So ein Anblick, das tut mir wirklich weh. Und mit diesen Bussen, die habe ich euch doch bestimmt schon mal einen von denen vorgestellt. Ja. Wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Aber so ist das nun mal. Ja, da gibt es auch noch was zu sehen, da hinten. Vielleicht können wir hier auch mal rein. Mal fremde Busse sehen. Oh, der sieht aber auch richtig mitgenommen aus, Leute. Schaut euch das mal an. Ja, kann man gar nichts mehr mit anfangen. Ja, das war auch mal ein Gelenk. War im wahrsten Sinne des Wortes. Und ab hier einfach mal das Gelenk abgetrennt. Ja. Hier ist das Drehkreuz. Hier hat er sich dann immer gedreht. Hier sind die ganzen Schläuche und Leitungen. Die gehen wohl hier drunter alles. So was sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Wie gesagt, der eine oder andere wird sein Bus, sein Lieblingsbus hier bestimmt erkennen. Was ist das denn für ein Bus hier? Leute, schaut euch das mal an. Ist das ein amerikanischer Bus oder was? Ja, ich weiß jetzt von dem Bus nichts anzufangen. Euroclass. Ey, was ist das für ein Bus? Ein Iveco. Wo habe ich das jetzt gesehen? Ein Iveco. Da vorne steht es. Es ist ein Iveco-Reisebus mit Tiptronic sogar. Ey, da ist noch alles dran. Ey, vielleicht kann ich noch was gebrauchen hier. Mikrofon sehe ich da. Aber der ist wohl abgeschlossen. Ja, da komme ich jetzt nicht ran. Okay. Vielleicht von der Fahrerseite aus. Einfach mal Huckepack genommen. Ja. Gut, Leute. Wir gehen mal auf die andere Seite. Da waren ja auch noch ein paar Busse. Mal gucken, was die mit den Bussen machen. Vielleicht sehen wir noch welche, wie die ausgeschlachtet werden oder so. So, Leute. Jetzt kommen wir mal dahin, wo die ausgeschlachtet werden. Hier sind die ganzen Kühler. Ja, da vorne sind die ganzen Federn. Sämtliche Schläuche. Und hier, so sieht es aus. Wenn jemand seinen Bus oder so mal loswerden will oder Teile braucht, hier könnt ihr Teile kriegen. Hier sind die ganzen Steuergeräte, die ganzen Module. Wer braucht noch ein Steuergerät? Hier sind ganz viele. Da ist alles kostbares Geld, Leute. Was hier gerade hier rumliegt. Die werden noch auseinandergenommen. Hier auch noch so ein ganz altes Schätzchen, wie ihr so sehen könnt. Da hinten sind die schon am Arbeiten. Das müsste ein Neoplan Cityliner oder so sein. Oder, ja, Cityliner müsste das sein. Das ist auf jeden Fall ein Neoplan. So sieht es aus. Ein alter MAN-Citaro C1er. Und hier die ganzen Leisten und alles, was dazu gehört. Alles, was mit da, die ganzen Kessel. Ja, so ein Tank. Das sind ja die Tanks von den Bussen. Wenn ihr nicht wisst, wie das so aussieht, hier seht ihr alles. Alles bei Mehmet OE. Hier sind auch auseinandergenommene Busse, Busteile. Das geht noch weiter hier. Schaut euch das mal an. Das sind die ganzen kleinen Teile. Da vorne sind die schon zusammengepresst zum Teil. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Das scheint hier so eine Presse zu sein. Da wird das alles reingetan. Natürlich nicht für den Busse, so für kleine Teile. Und das wird gepresst und kommt dann hier wieder raus. Da sind jede Menge Akkus. Und der Mann ist da hinten am Arbeiten. Die selber wollten natürlich nicht aufs Bild. Kann ich verstehen. Hier sind noch Aufnahmen, die der Besitzer mir zugeschickt hat im Nachhinein. Wie die Presse am Arbeiten ist, die hat er mal aufgenommen. Schaut mal, was da jetzt so Einzelteile rauskommen. Also große Stücke werden oben, da wo es gelb ist, reingetan. Die Presse presst das alles und spuckt das, wie ihr sehen könnt. Einzelne Stücke raus. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Dann ist aber noch eine kleine Presse. Es gibt die auch in einer größeren Variante. Da kann man komplette Autos reintun. Und dann werden die zusammengepresst. Nimmt natürlich auch wenig Platz dann ein, wenn man Schrottplatz hat. Die werden dann einfach übereinander gestapelt. Und man hat dann jede Menge Platz für andere Sachen. Also einen großen Bus habe ich noch nicht gesehen in der Presse. Und der Besitzer, der sagte mir, die werden zerstückelt. Links könnt ihr sehen, so Kleinteile rausgemacht. Und dann einfach hier in der Presse so gepresst. Wirklich interessant. Dankeschön nochmal an den Besitzer. Besitzer von dieser Hier von der Lücke sind auch noch ein paar Busse hier. Von überall hat man die Busse abgeholt. Und hier hingebracht. Ein alter Setra noch da oben. In weiß sehen die gar nicht so gut aus. Wenn jemand noch eine Achse braucht, dann ist die Vorderachse so, wie es aussieht. Oder? Ja, könnte die Vorderachse sein. So sieht es aus. Natürlich alles ganz verrostet. Ja. So Leute, jetzt fängt es an zu regnen. Aber ich glaube, ich habe genug Filmmaterial da. Und ich habe gerade mit dem Besitzer hier gesprochen. Der möchte, oder der will mir auch noch ein paar Videos schicken. Wo die Busse auch in die Presse kommen und so. Da hinten, da fährt er. Wieder Ersatzteile holen. Das hat sich wirklich gelohnt. Hier sind auch noch mal einige Bilder, die der Kollege mir hier geschickt hat. Hier werden die einzelnen Betriebe aufgesucht und die Busse aufgeladen auf die LKWs. Egal ob Solobus oder eben halt Gelenkbus. Und hier werden die einfach hier hochgehoben, zerstückelt und ja, zu Schrott verarbeitet. Das ist auch mal interessant, sowas zu sehen. So Leute, ich mache mal die Verabschiedung direkt hier aus dem Auto. Ich kriege das Lächeln oder das Traurige gar nicht mehr vom Gesicht weg. Lächeln daher, dass ich so etwas für euch gefunden habe, was man nicht jeden Tag erlebt, solche viele Busse. Sogar überlegt noch von Koblenz die Busse, die habe ich hier entdeckt. Und der Besitzer, der war auch optimal. Deswegen hat er mir auch die Sachen zur Verfügung gestellt, damit ihr auch Freude daran habt. Und das Traurige eben halt, dass gute Busse damals gut und heute eben halt hier auf dem Friedhof gelandet sind. Das war jetzt mal ein richtiger Busfriedhof. Ich hoffe, dass unsere Busse, die wir jetzt am Fahren sind, noch lange, lange, lange bei uns bleiben und nicht hier auf dem Friedhof landen. Hier ist dann Endstation für die Busse. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, eingeschaltet habt, so früh am Morgen für die Premiere aufgestanden seid, weil sowas erlebt man nicht jeden Tag. Aber bei Mehmet Oe erlebt man immer wieder was Neues. In diesem Sinne, Bock für weitere Videos, habe ich aber trotzdem. Man sieht sich wieder auf den anderen Kanälen oder nächste Woche wieder hier auf Mehmet Oe. Ciao, Leute.